Das Gedicht La Dragontea beschreibt, wie der englische Entdecker Sir Francis Drake 1595 den Golf von Venezuela durchquert hat. Eigentlich zog es ihn zum nahegelegenen Maracaibo-See, wo er eine Kolonie spanischer Siedler unterwarfen wollte. Doch als Drake sich in der Dunkelheit der Mündung des Sees näherte, wurde sein Plan plötzlich spektakulär vereitelt. Enorme Blitze erhellten die Gegend und ließen die Flotte sichtbar werden wie bei Tage, wodurch die Spanier vor seiner Attacke gewarnt wurden. Am Maracaibo-See gibt es weltweit die meisten Gewitter. Über der riesigen Wasserfläche von über 13.000 Quadratkilometern gewittert es beinahe durchgehend. An bis zu 200 Tagen im Jahr wüten darüber stundenlange, ohrenbetäubende Unwetter. Wie überall auf der Erde sind auch am Maracaibo-See Blitze das Ergebnis gegensätzlicher elektrischer Ladungen, die sich in Gewitterwolken aufbauen. Wenn die unterschiedlichen Ladungen zwischen einzelnen Wolken oder zwischen Wolken und Erde groß genug sind, bildet sich ein Funke, der zu einem Blitz wird. Pro Jahr kommt es weltweit zu etwa 350 Millionen Blitzeinschlägen, durchschnittlich 11 pro Sekunde. Das wissen wir durch Satelliten im All und Sensoren auf der Erde. Wir können sogar die Blitzdichte messen. Das ist die Frequenz, mit der Blitze in einem Gebiet von einem Quadratkilometer auftreten. Wenn man weiß, wo und wie oft Blitze einschlagen, kann man die blitzreichsten Orte der Erde ermitteln. In den Polarregionen kommt es oft nur zu einem Blitzschlag pro Quadratkilometer pro Jahr. Am Äquator hingegen sind es im Schnitt dutzende Blitze pro Quadratkilometer, da die Wärme der Sonnenstrahlen hier mehr Energie für Gewitter liefert. Doch kein Ort ist so blitzreich wie der Maracaibo-See, wo im Durchschnitt 250 Blitze pro Quadratkilometer einschlagen, was die höchste Blitzdichte der Erde darstellt. Eine Reihe von Faktoren verursacht die schier endlosen Gewitter über dem See. Der Maracaibo-See liegt nur 10 Grad nördlich des Äquators, sodass reichlich Sonnenenergie zur Verfügung steht, welche die Gewitter anheizt. Um Gewitterwolken zu speisen, ist zudem Wasserdampf nötig und das warme Wasser der nahen Karibik bietet davon einen schier endlosen Vorrat. Außerdem grenzen im Süden und Westen zwei gewaltige Gebirgsketten an den See. Kühle Winde, die diese Hänge hinunterwehen, drücken warme Luft nach oben, was die Atmosphäre destabilisiert und Gewitterwolken entstehen lässt. Die Kombination dieser Faktoren führt zu den absolut beeindruckendsten Gewittern in der ganzen Welt. Ein faszinierender Anblick. Vor Jahrhunderten mag Drake die intensive Beleuchtung auf dem See verflucht haben, aber heute freuen sich Seeleute über dieses Phänomen. Sie nennen es das Maracaibo-Leuchtfeuer und nutzen es als natürlichen Leuchtturm zur Orientierung. Erfahre in diesem Video mehr über die unglaubliche Macht der Natur und finde heraus, wie riesige zerstörerische Tsunami-Flutwellen entstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017